So Leute, hier sind wir wieder und haben so ein paar Sachen, die wir jetzt mal... Ach, das ist Cooper hier. Ja, der tut uns ja nichts. Well, when you ask me nicely like that... Ich finde das so schön, wie er erst mal die Kommentare von sich gibt, bevor wir die Dinge überhaupt lesen können. Broken Computer. Achso, hier steht auch immer das Subject. Ich tausche auf der Stelle den Computer in der Lobby des Territoriums aus. Ich bitte dich nun schon ein viertes Mal und habe langsam die Schnauze voll PS Mystic. Irritieren sich eigentlich alle sackfaule Videospielzombies sein. So, hier hatten wir Coopers Ausweis. Ein Amerikaner. Ich wurde dieses Award für meine Loyalität zu den Prizrak. Ironisch, given die aktuellen Umstände. Sie haben auch meinen Namen verpasst. Ja, da sieht man mal, wie viel sie von Cooper halten. Jetzt haben sie wahrscheinlich einfach nur gemacht, aber jetzt hätte es klappelt. Weil hier, Cooper mit Doppel-P geschrieben, anstatt Doppel-O. Gucken wir uns einmal die ganzen Sachen ja an. Shadowrun. Das ist toll. Das ist toll. $. I lied. Turns out it was $250 on Kickstarter. Worth. Every. Penny. You will never guess which Kickstarter project this is. Unless you pledged high enough to get this totally filthy poster. See, I was into Kickstarter before it was mainstream. The box that I keep my video game cartridges in. If I ever get my games back, I'm going to store them in a more secure fashion. Cartridge-Protector. How cool. Oh, Cartridge-Ey. But they probably bought the video games. Cooper, I went looking for you earlier in your little woman cave over there. I should need to tell you what I found was entirely unacceptable. You were given the added task of overseeing the surveillance monitoring program. Because I thought you were man enough to handle the responsibility. However, now that I've been exposed to all that **** in your office, I'm forced to re-evaluate my decision. This is a severe behavioral disorder, Cooper. And in its own way, as screwed up as anything Zagar tried to do. I expect you to fix this lapse in judgment before I have to come back with a hammer and a trash bag. Geh wir mal nach Cooper. Äh, hey Cooper. Du interessierst dich nicht wirklich für mich, kann das sein? Muss ich jetzt hier rein oder nicht? Ich weiß jetzt gerade nicht. Da steht jemand direkt vor deiner Tür. Okay, sie halt. Ich meine Cooper gehört ja zu uns. Er hat uns ja das Telefon mehr oder weniger gebracht. Sollte vielleicht auch mal in die Kamera gehen. Fingerabdrücke. Was ist hier drin? Was nehmen wir mit? Was soll man wir hier haben? Hm. Ich will das jetzt rein. Waren das jetzt Batterien? Ich denke mal. Was hat es jeden für ein Telefon, dass es echt mit Batterien läuft? WTF? So, hier rein. Tür ist offen. Ach, darum sollte ich vorhin auch diese Fingerabdrücke mehr oder weniger mitnehmen. Jetzt konnte ich damit die Tür öffnen. Was hätte ich hier wahrscheinlich nochmal holen müssen. Da steht jemand. Danke, dass ich da jetzt einfach rausgezogen werde. Natürlich muss ich hier unten durch. Natürlich liegt hier auch nochmal so einer dieser scheiß Bücher, die ich natürlich leider auch mitnehmen möchte. Also werde ich mich wahrscheinlich gleich mal mit denen im Kreis schmuggeln müssen. Komm mal bitte erstmal in diese Kamera rein. Was ist denn hier drin? Ah, perfekt. Einmal bitte hier rein. Denn hier können wir... Unsere Batterie wieder vollladen. So, was ist hier rein? Ist das eine Videokassette oder so? Inventar. Gucken wir uns die Kassette mal an. If you find a Kassettenplayer, perhaps you could hear what is on it. I remember seeing an old Boombox when we ransacked one of Zegers Eidower. If you find a... Okay, wir müssen Kassettenrekorder finden, um uns diese Kassetten anzugucken. Was irgendwie Sinn ergibt. Ich hätte trotzdem nicht damit gerechnet, dass dieses Spiel darauf plädiert. Okay. Wenn wir direkt hierhin gehen. Hä? Ich gehe durch? Oder wie? Wir müssen einen Kassettenrekorder finden. Cooper hier. Jetzt ist unsere Chance. Derringer hat gerade in der Sicherheitsschutzung und hat etwas verabschiedet. Mal sehen, was passiert. Ich könnte sagen, ich kann gerade nichts machen. Wir gehen entfernt. Er hat eine Herdrhythmus-Störung. Mal sehen, was hier noch so abgreifen kann. Böden. Body scanners do not cause cancer. Metamorphosis doctors say fears unfounded. That's a good, strong headline. Go print it before we're told otherwise. Say, which do you think would rile the citizens more? The fact that these machines do indeed cause cancer? Or the fact that the naked images they capture are being turned into playing cards for the perverse amusement of the Prisrak? The overseer seeks to erase nudity from Mart even as his body scanners create these vulgar portraits. Stimmt. Also, sie wollen Nacktheit mehr oder weniger verbannen, aber diese Körperskanner machen ja genau das gleiche. gut, aber wenn's nur so aussieht, liegt sogar eigentlich noch. Äh. Enten wir hier noch ein Poster? They don't save the images. LOL. LOL. I don't save the images. LOL. Sir, I... I'm not going into that thing. Now, we've been over this before. Turn it off. But, sir... Turn it off. Or you'll wake up a monk from now in the infirmary. We have to get Derringer and the other Prisrak out of that room. I suggest we create a little chaos in the spirit of Zagr. Tell the girls to power down the grid. Then, Derringer and the Prisrak will freak out. They'll leave the security checkpoint. Then you can send the girl through safely under cover of darkness. Power down the grid now. Okay. I didn't ask you to shut down half of that ork. Sir, it wasn't me, sir. It was remote to deactivate and then to the power station. What? Someone's tampering with the generator again? I smell a rat. Well, don't just stand there. Alert all Prisrak in the area. Get them to the power station. That means you took down... Sir, who's gonna mend my post? Dammit, stop asking questions and go! Is this your plan? Oops. Oops. So that's not good. It appears my plan has backfired. I should have thought this through better. Now, you must get the girl out of there before Derringer's men arrive. Sorry about all that. That plan did not go down as I hoped. But the good news is that we have cleared out the library's security checkpoint. It is safe to send the girl through now. Super, it is aber hier in Gefahr. Das passiert halt manchmal. Das passiert halt manchmal. Also, da kann man gar nichts für. Aber dafür wird sie jetzt hier gleich getötet. Das passiert halt manchmal. Also, da kann man gar nichts für. Ja, doch, die Tür war richtig. Ja, geil! Alter, wo willst du hin? Das passiert halt manchmal. Ich versuche meine Pache. Ich bin Lockdown. Ich muss eine Überraschung. Sie sind genau da. Da oben! Du kannst nicht von uns schlafen. Kein Geheimnis. Du kannst sie nicht von uns verstecken. Die letzte Tür ist zu versteckt. Okay, ich habe zwei Filme. Ich habe aber gerade nicht ausweichen, bevor rauszugehen, oder? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Wenn sie da jetzt rausgeht, haut sie den Typen mit zwar die Tür um die Ohren, aber sie wird gleichzeitig gesehen. Ja komm, jetzt mach doch. So, wo muss ich lang? Okay. Okay. Well done, my friend. That was impressive. Sorry about the screw up back there. I guess I got a little overzealous. If you need my assistance going forward, I will be happy to oblige. But, it seems you are better suited to helping the girl escape than I am. If you succeed, make sure she doesn't forget about us pathetic souls trapped down here. Best of luck. Cooper out. Boah, Alter Cooper. Ich mein, er hat's ja gut gemeint, aber nichtsdestotrotz war das echt scheiße. Da können wir jetzt rein. Das ist der Raum, den wir gerade gesehen hatten, wo die Leute ja jetzt weg sein sollten. Und nochmal, ne, epische Schwarzblende. Aber ich wollte eigentlich auf den Nacktscanner gucken. I owe you my life. What little of it is mine. Now let's get to the librarian. He'll help us. Please, stay with me. Who is this? If you're going to kill me, just get it over me. Shut up. kubi ist noch mal reingucken aber wir können jetzt glaube ich nicht helfen tut mir leid Ich wollte sicher, dass du tot bist. Ich hätte dir vorhin gegeben. Jetzt schaue langsam vor, vor mir vor. Und schau nicht um. Du bist ein Teil von etwas, das du nicht verstehen kannst. Es gibt noch mehr, was heute passiert, als diese Kameraden zu beobachten können. Du hast etwas, das wir nicht haben. Ich finde es sehr interessant. Müssen wir darauf achten, der Direktor wird jetzt momentan die ganze Zeit zensiert. Erst weil er da dieses Bild, wo er diese Schwarzblende über den Augen hatte. Und das ist hier so eine Statue, wo der Kopf zensiert ist für die Kamera. Oder ist das Sagar? Dass die Sagar überall zensiert haben. Du nimmst das Internet und öffnest dich. Und ich werde ihn finden. Also, das ist entweder der Direktor oder Sagar. Ich würde sagen, das ist der Direktor eigentlich. Ähm, was ist mit mir? Okay. Derringer hat einen Server mit neuen Bildern von jedem verletzten Menschen, der in diesem Schwarzblende steckt. Außer der Derringer selbst natürlich. Die Riesenwecksvorlage. Wer hat den? Der K crianças. Der Prizrak. Der Prizrak, der ihr verletzt, wurde auch von Mirai verloren. Und das kam, bevor der Prizrak seine Klaas in ihm entlassen. Kann ich ihr nicht irgendwie helfen? sieht grad nicht so aus so aber wie das weitergeht leute erfahren wir erst in der nächsten folge ich danke euch fürs zusehen und bis zum nächsten mal leute ciao